Hallo Freunde des Steins und herzlich willkommen zurück zur Brickstory und auf Javin 4 im Hangar der Rebellen. Ihr habt jetzt die Wahl. Einen X-Wing Starfighter für 100 Credits kaufen oder doch lieber einen Downgrade mit 50 Credits. Nun ja, das ist die große Frage, bei der ich euch jetzt versuchen werde, die Antwort zu geben. Ihr könnt natürlich jetzt entweder diesen hier nehmen, der kommt aus 2018, oder alternativ auch den von Poe Dameron, den seht ihr hier gerade, das ist eigentlich fast das gleiche Modell, nur mit etwas anderen Farben. Der ist noch auf dem Markt erhältlich, auch für unter 100 Euro UVP. Oder wir nehmen hier den neuen X-Wing Starfighter aus 2021, welcher jetzt gerade auf den Markt gekommen ist und bezahlen halt ein bisschen weniger dafür, kommen aber auch ein bisschen weniger. Das werden wir gleich noch im Detail sehen. Ich hoffe, das hilft euch. Insgesamt sechs Kategorien haben wir. Da werden wir dann jeweils die Punkte vergeben und am Ende gucken, welcher der beiden Starfighter gewonnen hat. Lasst uns anfangen mit der ersten Kategorie. An dieser Stelle auch nochmal kurz Danke an Manuel. Er hat mir diesen X-Wing Starfighter ausgeliehen, damit ich ihn hier testen kann und mit dem neuen X-Wing vergleichen kann. Der wurde mir für ein Review von Lego zur Verfügung gestellt. Das beeinflusst meine Meinung natürlich nicht im geringsten. Ich habe beide Sets aber auch nochmal in der Infobeschreibung verlinkt, falls ihr da noch nach sucht. Kategorie Nummer 1, die Minifiguren. Hier haben wir die aus 2021, hier immer noch die aus 2018. Hier sind zwei Astromex mit dabei, zwei Piloten. Hier eine neue Minifigur, eine die vorher teurer gewesen ist. Und halt nochmal den Piloten und nochmal einen Astromex mit dabei. Das Coole an diesen Figuren hier drüben aus 2021 sind diese Dual Molded Helme. Da seht ihr, die Brille ist da quasi noch unten eingebaut. Und dann hat man die Brille halt quasi 3D sozusagen davor. Bei dieser Minifigur ist es dann halt nur so, ja die Brille ist auf den Kopf drauf gedruckt. Und ja, isch, ein bisschen schade. Dadurch wirkt der Helm ein bisschen größer. So viel jetzt aber auch nicht, wenn man den direkt im Vergleich sieht. Ich bin ehrlich, die Helme sehen halt ein bisschen komisch aus. Auch im Film ist mir das immer so vorgekommen, dass die halt ein bisschen zu groß sind und so ein bisschen dongelig. Und genauso wirkt es jetzt auch bei der Minifigur. Von daher bin ich ein großer Fan von dieser Variante der Minifigur. Allerdings ist es so, es ist quasi die gleiche Figur, nur mit einer anderen Bemalung nochmal mit dabei. Natürlich, das ist ein ganz anderer Charakter. Ich will jetzt niemanden auf den Schlips treten von Star Wars. Aber wenn Kinder hier mitspielen, dann ist es halt so, nun ja, die haben dann quasi zwei Piloten mit dabei. Und das ist nicht sonderlich abwechslungsreich. Und noch dazu dann halt auch nochmal zwei Astromek-Droiden. Der Astromek ist jetzt hier nur einmal mit dabei. Dafür ist jetzt Lea Organa nochmal am Start mit ihrem Rockteil. Das gab es vorher nur in einem 200-Euro-Set. Plus dazu nochmal eine vollkommen neue Minifigur, die wir vorher noch nie gehabt haben. Eine der wenigen aus dieser Set-Reihe. Mit einem Blaster, mit einem Wendegesicht nochmal. Ist ein schöner General. Klar, das reißt ein Kind auch nicht vom Hocker, aber ist cooler als jetzt quasi zweimal ein Pilot. Von daher gehen für mich der Punkt in diesem Fall ganz klar an den 2021er Fighter für die Minifiguren. Kommen wir zu Kategorie 2, dem Aussehen. 2021, 2018. Erstmal hier vorne die Spitze könnt ihr sehen. Der hier ist wesentlich größer hier jetzt und läuft dann hier auch noch breiter zu. Die Cockpit-Scheibe ist bei beiden Starfightern genau die gleiche von der Form her, vom Mold. Hier jetzt ein bisschen heller, in anderem Farbton. Da drin passt immer nur noch eine Minifigur rein. So gehört sich das natürlich auch. Dieser Rangefinder, beziehungsweise halt Sensor, mit dem Luke Skywalker im X-Wing dann halt auf den Todesstern-Graben zufliegt und dann sein Loch sucht. Das ist bei beiden Fightern leider nicht mit integriert. Hier seht ihr dann auch noch, wie R2-D2 als Astromech mit drin sitzt. Hier guckt er relativ viel oben noch raus. Hier wiederum guckt nur so ein kleiner Kopf wieder heraus. Das finde ich hier wesentlich besser gelungen. Auch die Triebwerke, beziehungsweise Düsen hier, sind hier wesentlich größer als bei der Variante. Das ist tatsächlich auch ein neues Teil. Beide Varianten arbeiten hier dann auch noch mit Stickern. Von hinten ist der neue unschlagbar, beziehungsweise der alte unschlagbar. Diese riesigen Düsen und auch hier vor allem dieser Mittelbereich, der sieht einfach hundertmal akkurater aus als hier bei dem neueren Starfighter. Das wirkt schon fast wie so ein 4-Plus-Set, muss ich ehrlich sagen. Wobei man hier natürlich auch die Gummibänder nicht hat, die jetzt hier wiederum zu sehen sind. Das sollte einem natürlich bewusst sein. Das liegt am Mechanismus. Ist aber auch hier gut, dass die Gummibänder zu sehen sind. Wenn sie nicht da wären, dann wäre das das Set mit den Funktionen. Und hier ist ein meilenmalter Unterschied. Aber da kommen wir gleich zu. Hier geht es dann weiter nach außen über den Flügel. Das ist jetzt hier zum Beispiel auch noch mit vorderen Steinen gelöst. Die Kanonen, seht ihr, sind dann hier vorne noch spitz. Da muss ich sagen, finde ich dann hier den Abschluss wesentlich besser mit diesen runden Teilen. Sieht akkurater zum Film meiner Meinung nach aus. Hier sind dann auch noch mehrere von diesen Spring-Loaded Shootern. Gucken wir uns gleich bei den Funktionen an. Aber die sind halt hier unten und oben. Zählt jetzt nicht wirklich als Argument, denn ihr könnt die bei beiden X-Wing Starfightern relativ leicht ausbauen und halt irgendwie ersetzen. Gucken wir uns das Ganze nochmal von oben an. Da seht ihr erstmal, ja, so groß ist der Unterschied gar nicht dafür, dass das nur die Hälfte kostet. Auch jetzt hier gerade von der Länge. Man sieht es vor allen Dingen halt hier an den Triebwerken. Hier auch da, wie er hier halt vorne quasi zuläuft. Für mich ist die Sache ganz klar geritzt hier. Der Punkt geht auf jeden Fall an den alten X-Wing Starfighter. Aber es wäre auch schlimm, wenn nicht. Denn hier sind natürlich wesentlich mehr Steine verbaut als jetzt in diesem Set. Und wenn das jetzt besser aussehen würde, als das, ja, würde keinen Sinn machen. Ihr versteht, wie ich das meine. Hast du gut gemacht, alter X-Wing Starfighter. Und für die nächste Kategorie seid ihr gefragt gewesen. Ich habe euch gefragt, welchen X-Wing Starfighter ihr wählen müsstet. Auch einbezogen den Preis. Ist klar, wenn man jetzt die Auswahl hätte, würde man natürlich den teurer nehmen. Das ist ja keine Frage. Aber welchen man nehmen müsste, auch angesichts des Preises. Und, das ist das Ergebnis. Dieser X-Wing Starfighter hat gewonnen. Fand ich sehr, sehr interessant. Ich konnte es aus den Kommentaren unter dem Review-Video gar nicht so deutlich herauslesen. Aber es scheint wohl doch vielen zu gefallen, dass der X-Wing Starfighter jetzt billiger wird. Von daher, ein Punkt an dieses Team. Die nächste Kategorie ist natürlich ganz klar der Preis. Und da haben wir hier eine UVP von 50 Euro. Ich denke mal, mit Rabatt sollte man da locker auf 40 Euro kommen, wenn man ein bisschen wartet. Und hier eine UVP von 100 Euro. Hier ist allerdings zu bedenken, es gab den X-Wing Starfighter auch schon mal billiger. Dieser ist allerdings schon aus dem Programm. Deshalb wird er ein bisschen teurer. Eher würde ich jetzt das vergleichen hier mit dem X-Wing Starfighter von Poe Dameron. Dieser ist ja noch im Handel erhältlich. Ich denke, normalerweise bekommt er ihn locker für 80 Euro, 75 Euro, manchmal sogar 70 Euro. Ja, das ist so die UVP, wo ich mich hier ran orientieren würde. Und klar, man bekommt einen X-Wing Starfighter für 50 Euro. Und man bekommt einen X-Wing Starfighter für 100 Euro. Der Preispunkt geht ganz klar hier ran. Ihr seht, wie allein das hier aussieht. Räumen wir die Minifiguren mal zur Seite und gucken uns die Funktionen der beiden Fighter an. Hier gibt es nämlich markante Unterschiede und man erkennt auch ganz klar, dass dieser halt der billigere Starfighter ist. Zeige ich euch das mal hier. Die wichtigste Funktion beim X-Wing Starfighter selbstverständlich, das ist natürlich die Angriffsposition, das markante X. Das kann man hier ausklappen, indem man diesen Hebel hier nach hinten, beziehungsweise nach vorne zieht. Und das ist beim X-Wing Starfighter von Poe Derman genau der gleiche Mechanismus. Da ist halt hier dann so eine Lücke offen oben, wo man quasi reingucken kann und reingreifen kann. Früher ging das noch mit Zahnrädern. Finde ich eigentlich besser so, wie es jetzt ist, weil es mit einem simplen Klack so wieder zusammen geht. Ohne Probleme, ganz locker, flockig, geschmeidig. Und, das ist vielleicht selbstverständlich, aber hier muss es auch nochmal angemerkt werden, die Flügel, die klappen nicht zusammen, wenn man da oben drauf drückt. Da ist so ein Teil, was sich dann quasi aufrichtet. Das hält auch. Das ist dann gerade und dann kann man auch nicht wieder irgendwas zusammendrücken. Ihr könnt hier vorne Luke Skywalker reinsetzen und habt dann hier auch noch so eine Art Feuerlöscher. Genau, der ist dann da hinter dem Sitz noch. Das ist beim neuen jetzt nicht der Fall. Ihr könnt das Cockpit öffnen und schließen. An den Seiten hier habt ihr noch Statshooter, aber naja, gut, die Funktion zähle ich jetzt nicht so wirklich. Könnt ihr natürlich auch ausbauen und dann hier quasi nochmal andere Teile drüber bauen, dass man halt ein schöneres Set hat, als jetzt mit diesen Statshootern dran. Ihr könnt hier vorne den Landefuß ein- und ausklappen, was am meisten Spaß macht, denke ich, hier hinten diese fehlergeladenen Shooter zu betätigen. Da drückt ihr hier einmal nach, hier müsst ihr nach unten drücken und hier müsst ihr nach oben drücken. Zack, dann schießen die hier einmal weg. Das geht auf der anderen Seite ganz genauso. Insgesamt sind das vier Stück, also riesengroße Action und natürlich halt auch dieses, ich weiß nicht, ob ihr Star Wars Battlefront schon mal gespielt habt, aber wenn ihr den X-Wing fliegt, dann wisst ihr, was ich meine. Dann kann man quasi diese Zusatzfunktion aktivieren. Und was auch geht, ja, also ihr habt es gesehen, hier unten ist so eine Stütze drin. Wenn ihr das Teil hinstellt und die Flügel noch ausgeklappt sind, dann klappen sie sich automatisch ein, dadurch, dass diese Stütze den Hebel hier oben wieder auf die andere Seite drückt. Und vor allem, genau, spielen. Wenn ihr damit durch die Gegend fliegt, da passiert nichts. Ihr könnt es hier anpacken, ihr könnt es auch hier an den Flügel anpacken, hier könnt ihr es gut anpacken. Das ist alles überhaupt gar kein Problem zum Spielen. Stellen wir es wieder hin und kommen dann zu diesem X-Wing Starfighter. Selbstverständlich, der hat hier hinten auch diese Shooter dran, da drückt ihr hier einmal drauf und dann drückt ihr hier einmal drauf. Und dann war es das für die Shooter hier oben. Das ist jetzt quasi von 4 auf 2 reduziert, nur noch unten sind die dran. Die könnt ihr natürlich auch abnehmen, wenn euch das am Look des X-Wings stört. Was man auch machen kann, was für einen X-Wing Starfighter sich natürlich gehört, die Flügel aufklappen. Einerseits geht das mit diesem Knopf hier oben, andererseits geht es aber auch, wenn ihr damit so ein bisschen durch die Gegend wackelt. Oh ja, habt ihr es jetzt gesehen? Das ging mit dem anderen ohne Probleme. Das geht hier nicht so ganz. Also so ganz aggressives Spielen ist dann hier nicht mit möglich. Und wie gesagt, die Flügel, die gehen automatisch auf und zu. Das ist nicht ganz so schön. Wenn ihr hier anpackt, nur noch mal zum Vergleich, da passiert hier überhaupt nichts. Bei dem knicken die Flügel sofort ein und gehen dann zusammen. Das hätten sie definitiv noch ein wenig verbessern müssen. Zumal man bedenkt, die halten hier nur durch die Friction bei den einzelnen Technik-Pins. Und sobald die ein bisschen älter sind, nimmt natürlich auch diese Reibung quasi ab. Hier vorne ins Cockpit könnt ihr wieder Luke Skywalker reinsetzen. Hier auch mit einem Pad ohne den Feuerlöscher mit dabei. Natürlich, der ist ein Stück kürzer. Da muss Platz eingespart werden. Und ansonsten könnt ihr leider hier auch nicht das Landebein einfahren. Da seht ihr, das wackelt quasi nur vorn und hinten zurück. Das finde ich nicht ganz so schön, weil es beim Fliegen dann mich doch ein bisschen stört. Die Landebeine hier, die gibt es beim anderen X-Ping Starfighter auch nicht. Das ist quasi ein neues Detail, was dazu gekommen ist. Die sorgen aber auch dafür, wenn ihr es jetzt quasi in dieser Position hinstellen wollt, dann klappt er sich auch automatisch zu. Von den Funktionen her muss ich ganz offen und ehrlich sagen, der Punkt geht definitiv hier an diesen X-Ping Starfighter. Zumal, das habe ich fast vergessen, könnt ihn ja natürlich auch noch umbauen. Das hier ist jetzt der Red 3 X-Ping Starfighter und hier in den Red 5 könnt ihr es noch umbauen, indem ihr hier diese beiden Teile an der Seite austauscht. Das geht beim neuen nicht. Macht ja auch keinen Sinn, da ist ja auch kein alternatives Pilotenset quasi mit dabei. So, jetzt kommen wir noch einmal zu meiner Meinung und meinem Punkt, den ich noch zu vergeben habe. Ich sage mal so, wenn ich mich jetzt für einen entscheiden müsste und auf einem Budget lebe, dann sage ich ganz klar, diesen hier. Gar keine Frage. Punkt für diesen Preis-Leistungs-Verhältnis ist hier wirklich top. Ihr seht fast gar keinen Unterschied von der Größe her. Klar, so ein paar Sachen sieht man von außen. Natürlich, es muss irgendwo gespart werden. Aber dass das jetzt ein doppelter Preis ist, finde ich, sieht man nicht direkt. Das soweit dazu. Und als Fazit können wir natürlich sagen, dieser X-Ping Starfighter hat gewonnen. Lego hat hier ein gutes Konzept entworfen für Kinder, die jetzt auf einem, die halt nicht ein 100-Euro-Budget zur Verfügung haben oder vielleicht nicht ein 100-Euro-Budget nur für ein einziges Set ausgeben wollen, können sich hier einfach noch einen kompletten Tie-Fighter mit dazu kaufen und sind immer noch unter dem Preis von diesem X-Ping Starfighter. Ganz klar meine Empfehlung hierfür. Allerdings sage ich fairerweise auch dazu, wenn ihr das Geld habt und wenn ihr euch nichts anderes kaufen wollt, dann geht das, nehmt das Upgrade zum größeren X-Ping Starfighter. Die Funktion hier hinten funktioniert top. Ihr könnt das bestimmt hier auch noch, klar, das kann man irgendwie umbauen, aber hier funktioniert es halt von Werk aus so, wie es ist und wir bewerten die Produkte ja quasi danach. Dann nehmt den. Dann macht ihr auf jeden Fall nichts falsch. Aber wie ich es im Review schon gesagt habe, es ist quasi der Mercedes versus der Dacia oder irgendeine andere Marke. Man erwartet hier auch mehr und man bekommt hier auch definitiv mehr. Für den Preis ist es aber vollkommen in Ordnung und bringt euch immer noch von A nach B. Damit, wie gesagt, ab jetzt ist dieses Set verfügbar. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, hier das Review zu sehen. Ich habe es auch nochmal in der Infobeschreibung verlinkt. Und danke nochmal an Manuel, dass er mir diesen X-Ping Starfighter hier ausgeliehen hat für dieses Video. Ich hatte ihn leider nicht da. Und bis dahin einen tollen Tag und ciao, ciao.